So, herzlich willkommen im neuen Part von SHIFT 2. Leider ist mir die letzte Aufnahme so ein bisschen abgerauscht. Ja, wir hatten unseren Lotus bis zum Anschlag getunt gehabt, deswegen haben wir auch so ein bisschen wenig Kohle. Ich hatte mich auch kurz im Drift versucht, was total in die Hose gegangen ist. Ich muss da nochmal Lenkrad vielleicht einstellen oder keine Ahnung was. Gibt mir Tipps, was man da besser machen könnte. Ich habe da 10 Minuten versucht 200 Punkte zu machen. So, aber wir machen uns, versuchen uns an den Eliminator. Da fliegt, glaube ich, der letzte, letztplatzierte immer raus, bis nur noch einer übrig bleibt. Wir versuchen Shanghai! Was haben wir überhaupt für ein Auto? 4 Minuten Zeit. Okay. Eliminator. Blablabla. Okay. Los, los, komm! Keines Recht! Uh! Was geht denn hier? Du bist letzter. Ja, ich sehe es. Ich bin letzter. Ach du Scheiße, was war das denn? Da sind wir ja mal wieder voll geflogen. Okay, der hat ein bisschen Power, wenn ich sagen muss. Aber wir versuchen wir hier noch mal wieder hoch. Aber wir sind jetzt wieder dran. Ja, aber ich habe nur noch 10 Sekunden. Wir fliegen raus im Eliminator in der ersten Runde. Oh Mann. Kann ja auch keiner wissen, dass man da fliegt. Nein, 4, 3, 2, wir sind zu schlecht. Sieh es einfach als Erfahrung fürs nächste Mal. Ja. Okay. Hätten wir den Fehler nicht gemacht. Okay, naja. Ein bisschen Kohle für den Anfang. Und wir wiederholen das Ganze noch einmal. Ich warte, wo funktioniert das? Grünes Recht! Ihr Krippe, pass auf dich auf, Mann! Jetzt sind wir schon mal nach vorne geflogen. So nennt man das. Und wir schieben uns vorbei. Ganz fair. So soll es das sein. Nach der Aufnahme werde ich mich um euch kümmern. Jetzt will ich erstmal für euch let's playen. und mich den Horror von Schiff 2 geben. Oh, hier kommt ein bisschen. Aber wir haben uns kleinen Vorsprung rausgefahren. Ja, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. So bringt das Ganze auch wieder Spaß. Aber driften, da muss ich nochmal ein bisschen, ich sag mal, offline üben. Offline üben, da, das geht ja gar nicht. Ich sollte nur im Kreis fahren und da so ein bisschen rumdriften. Wenn ich driften will, dann gehe ich hier in Rift 2, da driftet man ja ohne Ende. Achso, was ich noch eingestellt habe, Schäden! Man sieht jetzt Schäden! Wenn wir durchs Ziel fahren... Oh, gut, jetzt hat das nicht so gecrashed. Was für Fahrzeugteile man so abzählt. Also nur optische Schäden, nicht Reifenplatzer oder was es gibt. Letzter ist ausgeschieben. Wir befinden uns auf Platz 1. 15... Oh, ja, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ah, nicht zu schnell hier. Oh, ja... Oh, da wollte er schon wieder. Oh, da wollte er schon wieder. Sechs von acht Kurven haben wir perfekt gefahren. Aber jetzt können wir uns drauf konzentrieren. Hier vielleicht auch mal ein bisschen durchsäuern. Und... Ah! Was soll das? Da hobbeln wir wieder rüber, ey. So, hobbeln bisschen. Ah, der andere hat schon hier aufgeholt. Vorhin war zehn Sekunden. Hier soll ja noch neun Sekunden kommen. Aber wir merken, wir fahren ein bisschen vorsichtiger. Wir führen. Am Vorsprung. Es läuft. Wir haben auch alles perfekt grün. So, hobbeln's noch mal im Karton. Der, unser Lackierer wird sich freuen. Oder wie nennt man das? Wer macht so viel und wie nix drauf? Mach du da auch drauf, ne? Der Lackierer. Abbremsen. Letzte Runde. Einlenken. Und rausbeschleunigen. So, wenn das nicht nix... Warum? Warum gibst du uns die Kurve nicht? Ah, Mann. Ja, Mann. Was war denn... Tick! Zu schnell, oder ich dachte zu spitz... Oh nein! Uh! Sieger! Und ein Siegerfoto machen! Oder auch nicht. Die letzten zwei Kurven... Wollten wir wieder nicht. Ideallinie 100%. 6 von 8 Kurven. Eventziele. Okay. Position. Auto-Lock-Recorder. Wie auch immer. Keine Ahnung. Wir drücken auf Weiter. Das lief ja schon mal. Das schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Kann man auch den Namen ändern? Ich weiß es nicht. Wir müssen ein Nissan... Achso. Ein Nissan GT-R. R35. Boah. In Tokio. Tja. Ich habe schon Fahrer gesehen, die noch in den letzten Kurven was rausholen wollten. Mach diesen Fehler nicht und fahr stattdessen konstant. Okay. Versuchen wir. Wir geben unser Bestes. Oh. Ein Linkslenker. Äh. Rechtslenker. Linkslenker sind ja die Normalen. Und wir müssen hier rausbeschleunigen. Ja. Wir sind vorbei. Und der fährt sich wieder richtig. Na, lass uns mal vorbei. Äh, lass uns nicht vorbei. Aber jetzt hier. Jetzt haben wir ihn. Gut. Haben wir ihn vorbei? Ja. Wir haben's. Wir haben's. Huh. Da rutscht er. Da rutscht die Sau über die Piste. Aber haben wir gut gemacht. Ah, das quietscht schon von den Reiben. Und der letzte fliegt raus. Boah, haben wir einen Vorsprung rausgefahren. Und was ist denn los? Alter. Oh, 12 Sekunden. So. Und die nächste. Wollen wir mal versuchen, perfekt zu fahren. So, ich brem's hier mal an. Grem's an. Und. Ja. Haben wir. Und die nächste auch noch. Dann haben wir schon mal. Also sechs haben wir schon mal. Ja. Das haben wir auch. Und eine fehlt uns noch. Schauen wir mal welche. Und wir brechen hier Rekorde ohne Ende. Hey, wir haben alle acht von acht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Vier sind noch im Rennen. Oh, sorry. Warte mal. Ich kann ja mal die Ansicht auf außen stellen. Wander was hier. Da muss ich ein bisschen Vorsprung. Wee. Ja. Ah, wir haben eine Sekunde verloren. Oh. Oh nein. Oh nein. Was machen wir da? Doch mal die Kamera. Helm-Kamera. Ah, da hätte man auch vielleicht noch mal so ein paar Achievements einbauen können. Fahre. Äh. Oder was weiß ich da. Gewinne ein Rennen mit der Helm-Kamera. In Modern Sea. Oder gewinne das und das Event. Fahre auf Platz 1 in Modern Sea. Die oder die oder die oder was es nicht alles gibt da. Hätte man bestimmt bekommen können. So. Das war's wohl wieder für diese Aufnahme, Leute. Lasst einen Daumen da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Gebt mir Tipps, was ich besser machen kann. Und wo es diese scheiß Replays gibt. Beziehungsweise die Bilder, die man aufnehmen kann. Wir sehen uns wieder. Das heißt. Let's play Shift 2. Im Eliminator. Nacht. Okay. Alles klar, Leute. Schönen Abend. Schönen Tag. Gute Nacht. Schöne Weihnachten. Frohe Rustern. Und was man noch alles wünschen kann. Man sieht sich. Horido. Euer Jens. Alles klar. Und weg.